Hallo lieber Freund der Insider Week, nicht erschreck, ich bin ein neues Gesicht auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex, ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei wunderbaren Kindern und lebe mit meiner Familie in den Tropen, derzeitig auf Kupangan. Ich begeister mich, wie Max auch, seit vielen Jahren für das Thema Börse und Traden und bin natürlich auch selber durch Höhen und Tiefen gegangen. 2008, 2009 habe ich an der Börse auch große Verluste erlitten, habe auch sehr viel gelernt. Mir wurde klar, dass ich im Grunde genommen gar keine Ahnung hatte von dem, was ich da genau mache. Ich habe mich mal intensiv mit der Theorie auseinandergesetzt und musste feststellen, dass Traden wie jede andere Tätigkeit auch erlernbar ist. Es wird einem nicht in die Wiege gelegt und man muss auch nicht das Ausnahmegenie sein, um an den Märkten Geld zu verdienen. Es ist ein Geschäft, welches man erlernen kann, aber auch sollte, wenn man nicht nur temporär auf der Welle des Glücks reiten will, Stichwort Reproduzierbarkeit in jeder Marktphase. Max hat ja schon sehr viel Content produziert, doch hat dabei hauptsächlich ja die professionellen Trader angesprochen. Jedoch wünschen sich viele einen fundierten Einstieg in das Thema Trading. Diese Lücke vom Anfänger bis zum Profi, die wollen wir hiermit schließen. Wir haben uns überlegt, dass es für viele hilfreich wäre, eine frei zugängliche Grundausbildung zu halten. Bei diesem Projekt möchte ich den Max unterstützen und meine bisherige Erfahrung auch mit einfließen lassen, damit jeder davon profitieren kann. Natürlich lernt man aus Fehlern, aber vielleicht ist es auch klug, eine Abkürzung zu wählen, um aus fremden Fehlern zu lernen und nicht jeden Fehler, den man machen kann, am eigenen Leib zu durchleben. Und genau das wollen wir jetzt für dich produzieren. Eine Trading-Grundausbildung, wo Wissen in leicht verdaulicher Form gebündelt wird. Ich versuche, alle Themen locker und anschaulich zu verpacken, damit trockene Themen nicht ignoriert werden, sondern auch Beachtung finden. Am Ende dieser Videoreihe solltest du ein solides Basiswissen haben. Dieser Grundkurs bildet das Fundament für das Insider-Week-Haus. Ohne gutes Fundament wird das Haus nicht lange stehen bleiben. Daher ist dieses Jahr auch so wichtig. Der nächste Schritt wäre der Sprung in das 12-monatige Intensiv-Coaching, in welcher man die COT-Strategie erlernt. Und wer zu den Top-Tradern aufsteigen möchte, kann die World Cup Championship-Strategie erlernen, mit welcher Max bereits zweimal unter den Top 3 bei der Future-Weltmeisterschaft platziert wurde. Hier dargestellt durch das Dach des Insider-Week-Hauses. Wir alle wollen zu den 20% erfolgreichen Tradern gehören, die beständig zu den Gewinnern zählen. Dafür haben wir folgende Themen vorbereitet. Diese zeige ich dir jetzt mal direkt am Bildschirm. Erstes Kapitel, der Start in die Trading-Welt. Was muss man für den Start alles wissen und haben? Dieses Kapitel gibt dir die erste Orientierungshilfe, welche Trading-Stil zu dir passt und was du für den Start brauchst. Welche Ziele verfolgst du und wie es mit deiner verfügbaren Zeit bestellt. Zweites Kapitel ist die Marktanalyse. Welche Möglichkeiten haben wir, um uns an Vorteil zu arbeiten? Damit wir nicht nur würfeln müssen, gibt es halt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um sich an Vorteile im Markt zu arbeiten. Der drittes Kapitel ist Risk and Money Management. Das ist halt oft unterschätzt, aber so ungemein wichtig. Die beste Strategie kann scheitern, wenn dieses kein gutes Money Management beinhaltet. Welche Risiken lauern an der Börse und wie können wir mit dem Risiko umgehen bzw. das Risiko klein halten? In Kapitel 3 gehen wir mal genauer darauf ein. Viertes Kapitel ist Trading-Psychologie und das Mindset. Wir alle sind keine Roboter und neigen dazu, irrational zu handeln. Auf welche Fallen der eigenen Psyche du achten solltest und wie du insgesamt ein ausgeglichener Trader wirst, erfährst du in diesem Kapitel. Fünftes Kapitel, warum Futures? Hier vergleichen wir verschiedene Finanzinstrumente und zeigen, warum Futures die beste Möglichkeiten bieten. Sechstes Kapitel ist die Systemfindung. Die Vor- und Nachteile zwischen Daytrading, Trend oder Swing mit End-of-Day-Betrachtung, Vergleich der psychologischen Belastung. Wir gehen unter anderem die elementaren drei Säulen mal durch Fundamentale Analyse, die Technische Analyse und das Money Management. Siebtes Kapitel ist die Fundamentale Analyse, die Insiderinformation, auch COT-Daten. Hier geht es um unser größtes Ass im Ärmel. Wie können wir uns einen entscheidenden Vorteil im Markt verschaffen? Achtes Kapitel ist die Technische Analyse, das Timing. Nun geht es einen Schritt tiefer in die Materie als noch in Kapitel 2. Unser Timing ist für profitables Trading sehr wichtig. Hier erklären wir, wie man Technische Analyse genau anwendet. Neuntes Kapitel ist robustes Risiko und Money Management. Auch hier gehen wir weiter als in Kapitel 3 und tauchen tiefer ab in die Möglichkeiten und kreieren ein möglichst robustes Money Management. Und zehntes Kapitel ist die COT-Strategie. Um den Spannungsbogen bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, kommt jetzt das Herzstück des Erfolges von Insider Week, die COT-Strategie. Ja, es kommen sicherlich noch andere Themen mit dazu. So, wir würden uns sehr freuen, wenn du dich da auch voll mit einbringen würdest und wir alle im regen Austausch miteinander stehen. Schreibe uns also unbedingt auch Kommentare unter diesem Video. Gerne kannst du auch deine eigenen Erfahrungen posten oder auch Themen vorschlagen, die dich interessieren oder die du behandelt haben möchtest. Dieser Grundkurs soll ein Mitmachkurs sein, damit wir auch alle voneinander lernen können. Vielleicht schon auch gerade Menschen zu, die sich fragen, warum sollen sie das eigentlich alles lernen und sagen, ich will ja eigentlich nur einem guten System folgen und passiv Geld verdienen. Denn viele Menschen suchen im Internet nach einem System, welches sie einfach nur nachtraden brauchen und damit automatisch reich werden. Vergleichbar mit einem Autopiloten im Auto sollte dieser allerdings mal ausfallen, crasht er sein Wagen, weil er nicht weiß, wie man ein Auto fährt. An der Börse ist auch nichts anderes. Man wird zwar nicht gleich verletzt, aber unnötig sein Geld verlieren ist halt auch kein Spaß. Ich denke, die meisten haben da auch Erfahrungen gemacht. Ich selber nehme mich da nicht raus. Ich habe auch schon Geld verloren, mehrfach. Also blind ein System nachzutraden, ohne zu wissen, wie die Börse eigentlich funktioniert, ist keine gute Idee. Es gibt gute Systeme, wie das von Max, aber wie will man es objektiv bewerten, wenn einem das Verständnis für den Markt fehlt? Also lieber Trader, lass uns gemeinsam einen tollen Einstieg finden in die spannende Trading-Welt. Sei Teil der Community und teile auch gerne deine Meinung in den Kommentaren. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt und hoffe, dass es dir gefallen wird. Ich wünsche dir viel Spaß und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss!